Moin Leute, es gibt Neuigkeiten in Summoners, wo wir kriegen zum einen neue Monster, die beiden seht ihr schon hier oben und wir kriegen auch ein Datum, nämlich dass ab morgen, ab dem 12. April sollen diese neuen Monster verfügbar sein und die nächsten 10 Jahres Jubiläumsevents live gehen. Ich bin sehr gespannt, diese neuen Monster übrigens, der Lichthacker liest sich super OP und der Wasser Cyborg ist eher so recht einfach gestrickt, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was die anderen Monster so sagen und das sehen wir dann wahrscheinlich morgen.